Original, Regional, wie der Name sagt, zeigt Produkte aus der Region und Original heisst authentisch. Was Bauern an Spezialitäten haben und auch regionale Verarbeiter an Spezialitäten, das wird auch gezeigt und zum Degustieren angeboten und zum Kaufen, zum Kennenlernen. Sehr viele Konsumentinnen und Konsumenten können gerne ein Produkt kaufen von einem Bauernhof, den sie kennen oder von einer Bäckerei oder von einer Metzgerei, die sie kennen. Eine faire Zusammenarbeit über die ganze Wertschöpfungskette soll zeigen, dass wir einander gegenseitig brauchen. Das ist nicht nur automatisch, dass Bauern die Landschaft pflegen und feine Produkte herstellen, man muss sie auch kaufen. Und das zu einem fairen Preis und darum wollen wir eigentlich alle zusammenbringen. Das ist das Hauptziel im Hintergrund.